Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der Allerheiligsten, Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, diese Nacht. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der Großen bitte diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, mit jedem Pullschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Erf auch uns eine Herberge, für die Liebeslöme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wanggemütiges Herz aus, gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wanggemütiges Herz aus, gegen dein heiligstes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du Gute und Getreue Jesus. Damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Arbe Maria, wie der heiligen Gertrud offenbart. Sei gegrüßt, du weise Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose, himmlische Ammut, um welche der König der Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähe unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt. Liebe Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist. Bedecke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was in mir nicht sein sollte. Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des gosbaren Blutes Jesu. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern. Damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast, zu funktionieren. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Durchtränke mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben, deinen Heiligen Namen, Ehrlichkeit und Ehre bringt. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir bitten dich, o höchstes Gute, die dreifältige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zugute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o höchstes Gute, die dreifältige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zugute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Weiband und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o höchstes Gute, die dreifältige, blutende Liebe, komme allen Menschen zugute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, und den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei der dreifältigen Liebe, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Stille Betrachtung zu diesem Gebet. Amen. Amen. Abendgruß zum heiligsten Herzen Jesu, den letzten Gruß der Abendstunde, sende ich zu dir, o göttliche Schätz. In deine heilige Liebeswunde senke ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, dir Vertraute, am Morgen ich des Tages lasst. Und nicht umsonst ich auf dich baute, voll holt, du mich gesegnet hast. O habe Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deine Segen enges Hand. O göttliche Herz, all meine Sünden, bereue ich aus Lieb zu dir. O lasse mich Verzeihung finden, schenke deine Liebe aufs Neue, mir. Herz Jesu, innig ich empfehle, auch alle meine lieben dir. Erschütze sie an Leib und Seele, die Gute sie erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein. O lasse in der letzten Stunde mir eine Himmelsforte sein. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.